hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die mit der hirnschutz crew und da habt ihr ihn schon gehört den fleischhammer das war ich ja hallo der mini es ist auch da und der wodan hey ich musste gerade schmunzeln das klang wie so ein stuhrer das weißt du dir die sicherheitsanweisung flugzeug vorliest luftabdruck ist ganz normal der luftabfall der luftabfall der luftabfall der luftabfall der luftabfall der indruck der indruck muss so niedrig sein auch wenn dem nachbarn gerade die augen ausquellen das ist völlig normal bleiben das maßenblut die kollegin gibt die taschentücher aus so jetzt mal schluss lustig wo geht eigentlich die treppe runter habt ihr da schon was davor gemacht wo es oben rauskommt wo es oben rauskommt schwierig ich hab's ja ein paar folgender folge das ist die treppe die die frau gebaut hat also ich finde es sieht sehr schick aus wir müssen dringend die türen verstärken ok oder hast aber lang gehämmert das ding war noch nicht offen das ist noch zu hier ist bier mein rückzug ach du hast mit woodframes zugemacht die klopfen hier die türen ein hallo zuschauer ich glaube ich bin mir mit mir mit mir wenn dann die zuschauer anfangen mit mir zu reden im spiel oder in echt ich glaube im unechten spiel stehe wieder daheim was in der hütte echt war echt traurig wenn die alpha 13 weg ist und wir haben nichts anständiges wir wollten ja eine das hat fast geklappt ja das blöde ist ja dass wir ja nicht diese rezepte haben das macht sie am schwierigsten das ist wohl wahr das ist wahr oh schön was denn ja mach's gut weiter ich hab aber nicht mehr von dem dreck hast du noch was davon einmal loben und dann hast du gleich ja tut mir leid ich kann jetzt nur noch möbel davor schneiden die pistole mach ich pistolenparts ne das ist schon richtig so ein bisschen also auch die teile weil hier komplette pistolen auch drin sind die rennen auf mir vorbei die rennen auf mir vorbei keiner will mich sterben will mich nicht alter scheiße wir werden sterben nein werden wir nicht wundertprozentig kannst du ein lagerfeuer machen vor der tür ein lagerfeuer ja einfach nur ein feuer hinstellen ich hab keine steine verdammt ich hab einen stuhl mitgenommen ich hab alles aus der aus der ausgeräumt verdammt ich doch einfach wäre ich doch einfach liegen geblieben man rezeptik ah da ist die rezeptikiste verdammt ok die alte muss auf jeden fall weg da definitiv ne die ist die jetzt mit dir mitgegangen du sollst doch beschützen ja genau lass die mal ruhig ist das hast du es gehört ein feral feral wie klingt denn feral das blutmond Ja, oh mein Gott. Flutwohnzeit. Oh Mann, ey. Ich Idiot geh immer mit. Ich glaub, die sind bei uns. Boah, seid ihr? Tut mir leid. Ja. Tut mir jetzt auch leid. Ich bin hier. Los, Wodan. Ich bin auf dem Regal, komm. Ich hab dir schon mal gesagt, ich seh nichts. Oh, ein Kotzer. Ja, die sind bei uns. Also schaltet jetzt bitte um, weil die Action geht bei jemand anders ab, nicht bei mir. Los, Schiedl. Mach tot, mach tot, mach tot. Von nem Wolf. Mach tot, mach tot. Es platzt. Alles gut. Alles gut. Wir müssen aufs Dach. Nein. Wo ist der Eingang zum Dach? Hier, komm. Hier, komm. Wo bist du denn? Ich leuchte dir. Aha, okay. Da, wo der Zombie liegt, der Tote. Ich leuchte dir einer. Ich bin oben bei dir übrigens. Alles klar, komm. Gott. Los, komm schnell. Wo ist das Dach, Mann? Hier. Aber ich komm nicht hoch. Mir fehlt was zum Hochspringen. Oh, da brennt was. Hallo. Hallo. Machst du schnell. Ich hab nur noch Couch-Teile. Dann brennt was, sagt sie. Aber sonst kommt ihr klar, ne? Nee, nee, alles. Nee, läuft. Nee, 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 läuft. Jetzt stirb doch. Verdammte Axt. Wodan, du sollst meine Frau beschützen. Versuch's dir ja. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Du hast große Macht, voll große Verantwortung. Bin ich Superman. Der war auch von... Wodan, fall nicht da runter, bitte. Wodan, du schießt mir weg. Nein, tu ich nicht. Warte. Da ist ein Hund. Ein Farall. Na toll. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab ihn auf mich gelenkt. Bin auch nicht. Super. Oh, ich baue ihn. Ich baue ihn. Warst du, Minja? Ist alles klar bei dir? Ich sortier so ein bisschen die Kisten aus, ne? Immer mit der Ruhe, ne? Warte. Warte. Jawohl, super. Okay, nochmal. Nochmal. Ich bin tot. Ich hab geblutet. Verdammte Scheiße. Das freut sie sich. Aber wie? Oh mein Gott. Oh nein, nicht ins Gesicht, Mann. Wodan tut mir leid. Nicht ins Gesicht. Ich hab meine halbe Munition auf den dicken, fetten Bullen geschossen. Wodan folgt dir. Ja klar, da waren drei Wunderweimer drin. Scheiße. Da sollten wir dann nicht mehr hängen, gegen den Tag 28. Nee, ich wollte ja nur meinen Rucksack holen. Tolle Idee. Hätte ich mal auf dich gehört. Ja. 19.30 Uhr. Komm, wir gehen nach Hause. Ach nö, komm noch den laden. Ihn laden doch. Ist okay, probier. Ja, läuft. Meine super Stilex ist jetzt abends. Nee, die hab ich noch, die Stilex. Ja, bei mir ist das nicht so spannend. Guck mal Wodan zu, wie er überlebt. Nee, Wodan ist auch schon tot. Wir sind doch alle bei dir jetzt, oder? Wodan ist auch schon zu Hause. Wodan nimmt ja gar nicht auf. Mensch, nachmacher, echt. Ich bin doch am Leben und draußen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man die Mühe reinschalten. Aber ist eigentlich ohne Schloss. Ein Hase. Ach nee. Das war doch ne Biene, naja. Einen Rucksack holen wir dann später. Wer unterscheidet da großartig? Tod ist tot. Ja, aber den Ferrel haben wir doch tot gekriegt, oder? Den Ferrel? Den Colin Ferrel? Den Colin Ferrel, oder was? Den hab ich, glaub ich, im Hinterkopf tot geschossen. Colin Ferrel ist tot? Wirst du mich verarschen? Der Ferrel? Der Ferrel? Der Ferrel. Ach so, jetzt versteckt. Du meinst gar nicht den Colin. Krass. Robin Hood, Mann. Das ist Robin Hood, die tötet. Hat Colin Ferrel mal Robin Hood gespielt? War das nicht Colin Ferrel? Wer war das denn? Der letzte war meines Achtens, also von den großen Blockbuster-Dingern, war der Gladiator, der... Weißt du nicht? Der Rassel? Der Rassel? Der Rassel? Der Rassel-Kro. Der Rassel-Kro. Der Vorwärts De Kevin. Na ja, klar. De Kevin kennt doch jeder. De Kevin. De Costner. Kevin. Gernst du nicht mit dem Wolf tanzen? Wollte ich hier Steinkreis einnehmen, wie... Na, 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 na... Ja, wenn's dann irgendwann mal ne deutsche Übersetzung gibt, dann steht der Steinkreis. Campfire. 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 Wieso liegen Eier über dem Feuer? Wer hat sich denn in die Kiste über dem Feuer gemüllt? Das geht ja niemals an. Ductape. Weißt du, die schräg steht, die Kiste? Tag für Tag. Keine Ahnung. Und die klopft am Mund da weiter. Was soll ich denn machen? Wo hast du die... Mein Rucksack kann ich jetzt eh nicht holen. Ach guck mal hier, der Pool ist eingezäunt. Was soll ich denn machen? Der Pool wurde eingezäunt. Ja, das stimmt. Das habe ich glaube ich auch offline gemacht. Das ist nur eine Rushhour. Aber ich bin da wieder reingefallen und da habe ich gedacht... Jetzt leck mich am Arsch. Wo hast du eigentlich die Röhrchen, dass ich Rebarframes machen kann? In der Müllkiste und in der... Ah ja, ich sehe es. Aber lass mir noch ein paar übrig. Ich brauche ein bisschen was, um diese Strips zu machen. Damit ich was zum Reparieren habe. Na gut, dann lasse ich mal 84 drin. Das wird ja wohl reichen, zweimal. Dann mache ich jetzt Rebarframes, ja? Ja, ohne Ende. Ich habe hier... Ja. Auch Rams oder nur Frams? Ne, nur Frams. Frams, mach nur Frams. Ich mache nur Frams. Ich mache nur Frams, genau. 2 Minuten 30 brauche ich dafür. Wie lange geht die Folge? Ah, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Ich habe doch irgendwo Zement angesetzt. Die letzten zwei... Wieso? Wo ist das denn? Ne, die letzten zwei sind kaputt. Ich habe es umgezogen in die davor. Funktionieren die trotzdem nicht? Die funktionieren nicht, die letzten zwei. Die sind kaputt. Die können wir eigentlich wegschlagen. Mir fehlt Brennmaterial. Sollen wir die wegschlagen? Dann machen wir das. Warte, ich mache das gerade. Bist du dir sicher? Warte mal, warte mal. Kann man das nicht irgendwie beheben? Nein. Der läuft doch 37 Sekunden. Dann ist er wieder in Ordnung. Der läuft hier noch 36 Minuten, der eine. Der ist kaputt. Und es wird auch nichts eingeschmolzen, wenn ich da jetzt was reinlege? Wenn du da jetzt was reinlegst. Lass mich probieren, bitte. Nur mal, bevor du kaputthausst. Cement Mold. Alter, mit wie viel River Frames hast du das hier besichert? Oder mit wie viel Frames hier? Wood Frames? Doppelt. Doppelt, glaube ich, ne? Doppelt. Leichte Übertreibung. Doch, er macht doch Beton. Ach so, ja, okay, gut. Dann hat sich das aufgehoben, als ich die Dings rausgenommen habe. Die Fett. Die Molds. Das ist einen schönen Gang gemacht. Respekt. Fisch, 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 fisch gut. So, was denn vorletzt muss der dann auch gehen, ne? Der läuft noch 35. Dann nehme ich die andere Mold raus. Oh Gott, wie tief ist denn das? So, da läuft sie eine Weile. Da kann ich ja jaz geben. Da kannst du richtig Gas geben, ja. Hast du recht? Los, nicht springen. Da kommt der, meine Damen und Herren. Ja, nein, ich werde nochmal. Da dürfte eigentlich nichts passieren, wenn du da... Ist das mein Bett hier? Nee, sieh in die Bütie. Nee, dein steht noch hier unten. Aber vielleicht kannst du das mal an die Seite stellen, bis die Zimmer alle fertig sind. Das ist ja krass, ey. Alter, das ist ja eine richtig krasse Hütte geworden. Gell? Muss man schon sagen. Hast du den Weg hochgesehen? Das sieht richtig gut aus. Ja, ja, den bin ich runtergelaufen. Guck mal hier. Erstmal, warte. Erstmal auf den Klo. Und ich würde sagen, wir setzen dann auf den... Ich setze da dann gleich eine Hütte hin. Ich mache gleich mal den Boden und dann nehme ich mir die Rüberframes und dann... Mach mal ein Kästchen drum. Mit einer Stahltür. Jackie, hast du die Stahltür zerstört? Nein. Welche Stahltür? Nee, halt hier. Dann kannst du dann... Willst du die V, wer will sie haben? Ich will die haben, bitte. Ich will die haben, bitte. Ich glaube, ich gebe sie damit in den Rüberframes. Weil dann kann sie oben, kann sie ja so einen Bunker draufsetzen. Wo waren jetzt hier die Kiste mit den Moped-Teilen? Gibt es eigentlich auch rundes Zement, also so Säulen, runde Säulen? Nee, äh, Dreiecke gibt es. Äh, Rams. Also, ja, Dreiecke. Also, Dreiecke will ich nicht. Wir haben da hier eine Auger-Blade. Was brauche ich denn noch für einen Auger? Ähm, Zendipi, wo hast du denn den schon bereits... Ah, das... In den Auger bauen. Gravel. Ups. Ähm, jetzt muss ich daraus... Aus dem Zement und dem Gravel muss ich irgendwie was basteln. Wie war denn das? War das so rum? Nee. Gibst du immer mal die Rüberframes? Ja, ohne Concretemix hilft das ja nichts. Ja, aber die Frames kann ich doch schon mal setzen. Gibst mir los. Das ist richtig. Holz brauchst du auch noch, ne? Hab ich keins. Liegt. Hat der Wodan. Hier, Metal Doors, liegt. Holz? Nimm die Metal Doors mit. Metal Door. Der Wodan hat immer Holz. Hier, Serendipity. Jetzt leider nicht. Ich geh welches holen. Meine Axt ist ja weg. Ein Bohrer. Damit kommt er jetzt, weißt du? Naja, jetzt konnte ich ihn machen. Jetzt kriegst du auch den Bohrer. Oh, ich nehm mir ein paar Rezepte hier raus. Die kann ich noch nicht. Welche? Ich war auch. Ja, oben rechts hab ich Rezepte reingeworfen. Nein, nein, nein. Ich war auch. Ähm, dann komm ich jetzt mit hoch und hack noch Holz. Für die Verschalung, ja? Hast du denn, hast du was zum Aufwerten dabei? Irgendwie, um die Reaver. Was soll ich denn aufwerten? Nein, die Reaver Frames mit Holzverschalen. Ich hab noch keine Reaver Frames. Wer hat die denn? Die hab ich dir eben hingeworfen, Riesen-Stack. Wenn du die nicht hast, dreh ich durch. Mach doch hier 229. Nein, 299 Reaver Frames hab ich nicht hingeworfen. Hier sind noch 5 Hard Battle Doors. 129 Reaver Frames hab ich jetzt in der Tasche. Dann hast du schon welche gehabt. Warum soll ich denn die her haben? Ich hab keine gelootet. Ich hab nur 64 gemacht. Egal. Nicht lang, ja, nicht weiter überlegen. Einfach, immer nicken. Hier. Okay, ich brauch jetzt, irgendwo hab ich doch übrigens wieder, ich nehm meinen Hammer mit. So, ich geh jetzt Holzklopfen oben für die Reaver Frames. Wir treffen uns oben, ich nehm aber den neuen Gang. Das sieht viel spannender aus, wenn man da hoch geht. Ja, da musst du aber noch die Frames oben wegnehmen. Die hat der Jack weggenommen. Achso, wo hat das? Nein, die hab ich wieder hingesetzt. Okay, alles. Haben wir noch Scrap Iron? Ich würd die Türen gern, äh, oder wollen wir hier in die Türen, willst du die Stahl setzen? Ähm, wir können hier auch Stahl setzen. Zumindest unten und ganz oben eine. Ein Stück Steinbeck klopfen. Lass mich das klopfen und du machst jetzt jetzt die Tür ein. Das hat sich verschoben. Kommst du mir vorbei? Ja. Meine Axt ist in meinem Rucksack. Ja, ich geh ja Rucksack holen eigentlich. Nee, das, das, das dehnt sich so aus? Ja, ja, das hat sich ausgelehnt, weil ich, ähm, bau... Wenn ich's wegschlag, ist ein Loch in der Wand. Sieht auch doof aus. Ja, lass es. Ähm, mach da Holz hin. Okay. Hast du, hast du ein Holzframe in der Tasche? Nein. Ein Woodframe? Nein. Einen hab ich noch. So, wo sind die Türen? Hier vier Türen hab ich. Dann setzt hier eine hin und die letzte Tür oben und dann setzen wir nochmal eine. Das langt ja dann. Kommen Sie, junge Frau. So. Wo, hier. Ja, die Zwischentür kannst du ja lassen. Wir machen die letzte Tür. Das ist krass, wenn du hochläufst, kriegst du voll und Schummer war. Mach doch auch, okay. Ja, hier die Tür. Ja, die Tür muss ja nicht... Hier hab ich mich einmal verhauen, deswegen hab ich da nochmal einen Absatz zwischen. Ja, das seh ich, ja. Ne, setzen die oben die Türen. Ne, ja, die setzen wir oben, die Metalltür. Wobei, ich hab drei Türen in der Tasche. Können theoretisch noch... Können theoretisch noch... ...Metalltür umsetzt. Ja, ich hab noch drei Stücke in der Tasche. Wir können theoretisch noch, ähm, auch dazwischen setzen. Probe, nehmen wir raus. Dann ist das unser neuer Eingang, oder? Mach' den anderen zu. Den können wir ja mal für Notfalle lassen. Was ist denn das hier? Ja, gut, ich würd' mir den nur markieren, hier auf der Map. Hab' ihn hier oben gemacht. Fast, ne. Das ist, äh, der Leuchtturm zu Babel. Mhm. Der leuchtet euch den Weg... ...ins geheiligte Land. ...und lässt euch die Sache wieder finden. Kann's sein, dass ich jetzt Level 8... ...ah, 77. Was? Was? Weh. Molybred. Haben wir noch irgendwo... Ich geh mal Holz holen. Ich geh mal Holz holen, ich mach' hier weiter. Hast du noch, ähm... Ich hab' einen Zementmix, hab' ich dabei. Woodframes. Drei Stück, die ich abgebaut habe. Okay, die kannst du mir aber geben, bitte. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ja. Ah, hier, hier. Hier, hier, hier. Lauf in die andere Richtung. Lauf an der alten Basis... äh, der bei uns brennt ist. Ja, hier hinten. Was? 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 Wo brennt es? Ach nee, die Bäume sehen aus wie. Mach's mich fertig. Wie, Feuer gibt's das jetzt auch? Wow. Das gibt's übrigens in Project Thomboid, was ich mir die Rolle spiele. Da kann ein Feuer ausbrechen. So ein verbrannter Thomboid, das ja. Ja, ja. Wo ist denn jetzt in der Einladung? Finde ich eigentlich schon eine coole Sache, muss ich sagen. Project Thomboid, von den Funktionen her und so weiter, ist sehr Seven Days to Die ähnlich. Ist halt so isometrisch von oben, ne? Mag halt nicht jeder. Ich hab die Orientierung verloren und den Eingang aus dem Auge gelassen, Mann. Läuft gut. Mach dir doch eine Markierung auf der Möp. Dafür hab ich den Turm zu Barbel hingestellt. Den hab ich aber gerade abgebaut, damit ich da jetzt... Oh Mann, danke nochmal. Ich brauch hier gar nichts mehr. Können mich alle mal im Arsch lecken, echt mit eurer Scheiße hier. Die ganze Zeit... Ja, die meinte gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Fuck. Jetzt ist er beleidigt, oh mein Gott. Beleidigt, beleidigt. Du hast keine Ahnung, Mädchen. Mädchen. Ich lauf einfach in die Basis. Mein Gott, ich lauf, ich kaffee da runter, brechen ein paar Beine. Der ist gerade eine Biene vor mir hingepackt. Im Baum. Anscheinend wollte ich mich gerade angreifen. Okay. Ja, mein. Ja. Die war angriffslustig. Lustig? Hihi, ich greif dich an. War nicht witzig, Menja, ist echt. Ach so, ja. Entschuldigung. Hab ich dich gleich mitgekriegt. Scheiße. Du hast einen Witz gemacht. Ja, bist du an mir vorbei. Tanzender Baum. Ist wie ein Traum. Boah, Alter, kann dir mal jemand abschalten? Ein Traum. So, Mann. Oh ja, wer brummt denn da so ins Mikro? Jack versteht mich. Jack will jetzt mit mir mitsingen. Will er das? Ja. Ach, wie war denn das jetzt? Weißt du, andere Frauen würden jetzt da hinschmelzen. Zendipity ist nur so bei der Presse. Ja, ihr Lieben, wir sind bei 17 Minuten, die Folge ist leider vorbei, es tut mir leid. Direkt ins Gesicht. In your face, bitch. Richtig. So. Kann man dann hier alles zumachen. So, ich komm zum Eingang. Wie viel Holz hast du denn geholt? Ach, 20 Blöcke, also 12. Wir brauchen mehr. Das reicht nicht. Quatsch. Ich denke, du machst jetzt erstmal aus Riverframes einen Kasten dort drüber, damit das sicher ist. Nee, ich wollte erstmal den Boden machen und dann den Kasten. Das hat mir keiner gesagt. Das ist nicht Teil meines Vertrags. Genau. Falsches. Von Anfang an dagegen. Falsches Spiel. Das war doch der Gnom in der Blood, wie hieß die, die Insel in ganz am Süden. Wie hieß die Insel, sag mal schnell, Stranglethorn da unten. Ah, von was drehst du? Was? Ihr habt ja keine Ahnung. Von unserer Warcraft. Was weiß ich. Habe ich alles vergessen. Habe ich alles verdrängt erfolgreich. Besser ist das, du. Booty Bay, oder? Ja, genau. Oh Gott. Ja, so hieß die. Ja, cool. Das war so. Was ist eigentlich mit potassium nitrate? Haben wir das hier irgendwo? So, ich hab den. Wie viele Woodframes hast denn du? 41. Langt doch für den Boden. Mach das nicht größer, so viel Dings haben wir gar nicht. Soll ja nur ein Eingang geschützt werden. Mein Alternativ könnte man dann eine Leiter hinten hoch machen, das war irgendwie so besser. Dann werte ich auf, ja? Ja. Wollte hier jetzt schon eine anständige Hütte hinsetzen, ne? Also was richtiges. Ja, aber wir haben nicht so viele Riverframes. Im 225. Damit kommen wir schon ein Stückchen was. Dann kannst du schon was machen. Na gut, wir machen einfach eine Hütte in der Hütte. Was? Super cool. Ja, wir können ja mehr so einen Außenring noch bauen. Wir können ja erstmal einfach hier was draufsetzen, damit es einfach sicher ist. Und dann können wir außenrum... Ja, genau. Das machen wir. Alles gut. Das finde ich auch. Gut an. Was denn? Was reden die denn? Ich weiß nicht. Wir machen doch den Eingang hier oben, hübsch. Was für ein Eingang? Ist doch nur versteht. Piliplatsch. Bruder. Setz mal Frames, bitte. Dann kann ich aufwerten. Mach mir auch was. Warte, ich bin jetzt durch. Jetzt. Da ist zwei noch. Mann. Oh, jetzt. Der Rucksack ist nicht mehr hier. Mann, ey. Deine oder meiner? Beide. Oh. Vielleicht sind die aufs Dach gepackt. Ich bin auf dem Dach. Dann sind sie unten. Wenn die Hunde hier sind. Die sind unten. Oh no. Ey. Mit Horde Level 28 war auch nichts, ne? Die hatten wir hier. Die hatten wir hier, die Horde. War so kurz. Klingt auch irgendwie komisch, ja. Wieso so kurz? Es waren ja so Horde. Hier fehlt noch einer. Ja, weil der unten zum Aufwerten ist. So, jetzt kannst du. Ja, aber ich muss hier erstmal reparieren. Dann setzt du jetzt auf das Holzdreck die Rebus, oder? Nee. Na gut. Ja, einen Platz zur Wand langt, ja. Ich hätte jetzt noch eine Betonreihe gemacht. Ja, kannst du auch mal einen Stimmton. Wundel die sich nicht. Wo dann? Aber eine Steel Mold kannst du machen, ne? Ja. Die ist doch da. Hattest du schnell in die gemacht, ja? Ja. Dann setze ich schon mal die Flames rein. Die kannst du hier schon setzen. Was haut mich denn da? Oh, die Biene. Entschuldigung. Gott ist mir gerade das Herzchen geblieben. Hast du ein Herz? Ich hab kein... Das ist schon weg. Das tut mir leid. Pass auf, sie kommt wieder. Komplett von der Abt, ne? Genau, von der Abt. Ja, ihr Lieben, wir sind noch am Ende einer Folge. Wir hatten angesagt. Ja, ihr Lieben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns einen Daumen nach oben bei dem Jack und mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu der... Was? Wir sehen uns dann. Tschüss. Code-Wort. Code-Wort. Code-Wort Biene. Code-Wort Biene. Biene. Biene Hornisse, du blödes Stück, du stirbst jetzt. Okay, tschüss. 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 Du blödes Stück, du stirbst jetzt. Genau. Tschüss. Ciao.